hey leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge mit unseren paladin wie ich versprochen habe jetzt fangen wir wieder mal neues land an den heulen fjord haben wir lange besucht jetzt sind wir in den grizzly hügeln ich bin schon mal zu den startquesten geflogen das wortet ihr nicht sehen und jetzt nehmen wir gleich mal die ersten an ein leutnant gibt es noch was hier beim forstmeister gibt es auch gleich zwei direkt dann gucken wir mal was wir hier sie machen und hier gibt es auch noch eine okay wir zurück müssen den forstmeister sprechen ehre dem könig freund seid vorsichtig und dann wollen wir mal gucken was wir hier so schönes haben was haben wir hier wildbären gibt es überall jäger töten und gut gehen wir fliegen einfach mal nach hier in die richtung ich glaube das ist alles unten in diesen kleinen hier unten müsste das eigentlich sein hier können wir die sachen einsammeln ich mache mal als erstes fünf stück das geht eigentlich relativ schnell normalerweise sind hier auch gern ich glaube von dem brauchen auch was ich brauche gerade nichts okay so immer das kraut noch mit jäger gut dann geht es gleich weiter wir wollen eine aufgabe in der aufgabe in der folge ein bisschen was schaffen so sind sie die jäger die wir jahren müssen nach hier die brauchen eine jäger sondern wölfe da kommen du kannst auch gleich mit kommen sagt dann ziehen wir uns mal wieder ein paar zusammen ihr wisst es zusammenziehen und locken das ist unser unser spezialgebiet das ist unser unser spezialgebiet sehr schön so kommen wir hier so wie viel brauchen wir denn von denen noch nachdem noch zwei das geht ja schnell da ist wieder einer es fehlt noch einer es ist schlimm so ja wir sind ein neun land mal gucken ich jetzt ehrlich ich habe den christlichen hügel schon ewig her dass ich hier mal gespielt habe aber es ist keine sanfte große ach die müssen wir besiegen ok stimmt dann kommen wir hier nur eins 2 oder ist soweit weg dann muss ich nur schnell euch beiden grüß grüß die hügel das ist schon ewig her dass ich in den kristall ich bin eigentlich über über die länder immer gesprungen direkt das nächste gemacht haben mal gucken zwei haben wir schon das ist schön da ist der nächste hörsch na komm du kannst auch gleich mitkommen und ich hole da hinten auch noch darf nicht so weit laufen so zack drei stück das muss dann nicht reichen so da fällt gleich der erste schon mal gucken wir mal wie viel fleisch die für uns haben ich habe fast parallel alle drei noch drei noch drei wochen ok ich mache mal ein kleines bisschen leiser weil ich weiß nicht wie laut der musik ist weil das extrem notwendig gerade naja mal gucken so dann haben wir jetzt die weinen noch sehr schön haben wir dich kommen ja sehr schön zwei ein noch ein noch da du siehst aus als du noch genug fleisch an dir dran hast drücken wir uns mal die daumen sehr schön so da brauchen wir noch ein wolf ein wolf ja zurück gekommen scheint nicht so ok dann fliehen wir so lange aber hier hin cederholzkisten gucken wir mal hier können wir noch mal schneiden töten zack sehr schön ich brauche ein ziel aufgabe kann vielleicht noch einer so zack und dann noch mal schnell sehr schön dann können wir wieder auf mounten ach nicht ruhestellen was mache ich denn so und auf geht's so 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 sehr schön hier wir haben uns dann daran so ich habe kein zack kann man mitnehmen sehr schön ach falsch na komm lauf mal schnell weg dann haben wir die aufgaben fertig ne ja super na komm her ja lauf was verfolgst du uns denn so lange ok na wenn du so hartnäckig bist ihn töten wir jetzt aber auch nur weil er so hartnäckig ist und uns hinterher läuft so zack haben wir sehr schön auf mounten und hier kann man lang nicht so nah hier lang nicht dass sie uns auch noch abschießen keine lust von einer horde vom himmel geholt zu werden fliegen wir mal ins gasthaus rathaus zurück eins von beiden muss das sein ich glaube unten war auch noch irgendwas mit den bären da gibt es glaube ich auch eine aufgabe vielleicht kriegen wir die ja noch so und rein in die gute stube so das licht sei mit euch ziehe den ehrenfreund für die allianz das licht segne euch kann ich euch helfen und hier geben auch die aufgabe ab man sieht sich auf dann so ist euch hier müssen wir noch jetzt auf toilette gehen oder war das nicht hier ja wir müssen wieder auf toilette gehen mal wieder leute wir sind mal kurz auf dem plumpsklo leute was macht der denn da drin gott sei dank so können wir die aufgabe auch gleich abgeben nachdem wir das große geschäft erledigt haben wir kommen komm komm mal schnelle ruhe jedes mal wenn ich das nutze bleibe ich vorhin brauche die hilfe was gibt es ein schönes für die allianz so können wir gleich mal umnehmen das haben wir hier schönes bekommen auf mountain so chris lief glaubt die kriegen wir hier unten am schnellsten ich glaube die können wir auch von denen kriegen ja da ziehen wir mal ein paar bärchen zusammen würde ich sagen so komm her du auch noch zack denn eins dann mal da hinten sind auch schon der nächste und hier sind einer nur die namen haben mich gerade ein bisschen irritiert hier ist auch noch einer komm her ja sagt der erste schon tor wir brauchen nur fünf ich brauche ein bisschen ja das könnte auf was hinkommen vier acht baum haben sich geguckt kaiser hat da müssen wir fünf töten so kommen wir noch drei eins zwei da kommen wir euch erstmal nach euch beiden zack 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 will zack 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 Sehr schön, hat er auch dabei. Wollen wir jetzt noch mal schnell die Kaiseradler jagen. Genau, jagen wir noch mal schnell die Kaiseradler. Und dann haben wir noch Aufgaben, nur noch zum Abgeben. So, die fliegen noch hier, glaube ich, irgendwo rum. Wo sind sie? Da ist schon mal einer. Da ist der zweite. Sehr schön, zack, haben wir, haben wir. Ich habe kein Ziel. So, da fehlen nur noch drei. Dann fehlen nur noch zwei. Was wirst du denn? Kommen wir auch noch mal schnell dazu. Das ist zu weit entfernt. So, da war schon zwei. Da fehlt uns nur noch einer, der sitzt da vorne. Dann haben wir die Aufgaben auch schon in Licht. Sehr schön. So, wo sitzt er denn da? Komm her, ich bin Bürgerin und ich bin ein Tod. Uh, jetzt geht es aber ab hier. Da kommt ihr alle auf einmal her. So, zack, zack. So, zack, zack. Ich brauche ein Ziel. So, und. Ich habe kein Ziel. Okay. Nur noch du. Bist besiegt. Sehr schön. Dann können wir mal aufmountain. Dann gehen wir die Aufgaben nochmal schnell ab. Die auf jeden Fall hier vorne sind. Da oben. Was kann ich für euch tun? Ivan. Für die Allianz. Kehrt zum Leugnant zurück. So. Aber liebe Leute. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr sehen wollt, was wir nächste Woche wieder erreichen. Nachdem wir beim Leugnant waren. Was wir für Aufgaben bekommen. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. zu einer weiteren Let's Play Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir Kommentare da und Feedback. Und wir sehen uns nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.